Liebe Geschwister im Herrn Jesu Christum, heute möchte ich nur auf etwas aufmerksam machen, auf bibelkreis.ch, da auf Lehr MP3, das sind ursprünglich Kassetten gewesen, die ich mit meinem Gerät zu MP3 umgewandelt habe. Und da wähle ich jetzt eines aus, MP3 Layer Ovenel WJO. Da wähle ich wiederum eines aus, Joshua. Und da wähle ich aus, zum Beispiel die erste Kassette, die Reihenfolge müsste man da ändern, sehe ich gerade, aber das kann man glaube ich selber machen. Joshua. Und dann hoffe ich, dass man es hört. Wir wollen zusammen Josef 1 lesen. QED, Quaterat Demonstrandum, es hat funktioniert. Ich zeige es nochmals. Also auf bibelkreis.ch, bibelkreis.ch, da Lehr MP3, und da habe ich jetzt ausgewählt, Lehr Ovenel WJO. Selbstverständlich muss man alles prüfen. Es gibt kein Vortragender, kein Mensch, der fehlerlos redet. Manchmal kann es sein, dass sogar ein galvinistischer Einschlag hervorkommt. Also man muss da achtsam sein. Ich kenne Geschwister, die, wenn sie das hören, schreiben sie mit. Sie schreiben mit. Das ist natürlich ein ganz spezieller Segen. So, das wäre den Hinweis zu MP3, Lehr MP3 auf bibelkreis.ch Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal auch abonniert. Wenn ihr Fragen habt, oder selber gute Aufnahmen, die man nicht schon im Internet haben kann, von lehrfähigen Brüdern, könnt ihr mir die schicken, und ich könnte die allenfalls hier dran hängen. Immer nächsten Christum, einen guten Tag. Tag. Untertitelung.